Hi und willkommen zu meinem Kanal. Also, mein Name ist Elena und ich möchte euch in meine Welt mitnehmen. Und so kommt ab jetzt jede Woche ein Video von mir. Und in dem Video erzähle ich euch einfach Dinge, die mich beschäftigen, Dinge über den Autismus, Dinge über mein Leben und gelegentlich auch manchmal Vlogs oder eben auch Kochvideos. Je nachdem. Und ich hoffe, dass euch das alles gefallen wird. Ja, gefallen wird. Entschuldigt. Ich bin etwas aufgeregt, wenn nicht. Weil Kanal-Trainer zu drehen ist immer so eine Sache, finde ich. Weil das ist ja dein Aushängeschild, deine Visitenkarte. Und ja, ich bin da immer so ein bisschen nervös. Also entschuldigt. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche dann für euch schöne Videos zu drehen und auch qualitativ gute Videos. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Kanal gefällt und ihr könnt euch ja gerne, wenn ihr möchtet, einfach mal umschauen, ob euch irgendein Video anspricht oder ob ihr einfach... oder einfach warten auf das nächste Video und ja, und dann da reinschauen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.